Mein Name ist Belakowicz-Stefan. Wir sind hier im sonnigen Südburgenland, genauer in Schachendorf. Wir betreiben hier eine größere Biolandwirtschaft, biologisch bewirtschaftet seit 2008. Ja hallo, ich bin Thomas Steffle aus Schachendorf, arbeite jetzt schon seit fünf Jahren beim Gutsbetrieb Belakowicz und jetzt haben wir ein Case Optum Probe fahren dürfen. Wir sind ganz begeistert von diesen zwei Tagen, wo wir die Maschine doch ordentlich testen konnten, weil er einfach die Leistung bringt, auch bei schwierigen Bedingungen bzw. bei schwierigen Bodenverhältnissen. Wir haben hier teilweise auch ganz schwere Böden, das heißt teilweise Pseudokleie, die nicht einfach zu bearbeiten sind. Also der Optum hat uns sehr gefallen, weil er sehr leise ist, sparsam ist und viel Flächeleistung möglich ist. Vom Verbrauch her waren wir überhaupt sehr beeindruckt. Da haben wir einen Verbrauch gehabt von 10 Liter auf 1 Hektar bei 14 km Arbeitsgeschwindigkeit. Im Vergleich zu anderen Traktoren bis jetzt, waren die um 15 Liter pro Hektar sparsamer. Am zweiten Tag haben wir bei der Seemaschine Probe fahren dürfen. Da sind wir zum ersten Mal mit einem RTK gefahren und da haben wir eine Genauigkeit von 2,4 cm erreichen können, hier im Grenzbereich. Ich muss sagen, ich bin wirklich ziemlich positiv überrascht. Am zweiten Tag haben wir auch mit dem Vorgewendemanagement arbeiten dürfen, indem die Maschine selbstständig aushebt, absenkt und automatisch wendet in die nächste Spur. Also es ist einfach eine Entlastung für uns. Also der Optum ist wirklich ein sehr guter Traktor mit den ganzen Techniken, was jetzt schon drin ist. Also ich bin genau von der Bedienung und vom Außen her sehr begeistert. Es ist wirklich für die Landwirte genau optimiert. Also das ganze Lenksystem ist wirklich einfach und schnell zum Bedienen. Wir sind sehr begeistert von der Maschine, muss man sagen. Ja, ein toller Traktor, von dem wir wirklich zufrieden sind. Wir sind sehr begeistert von der Maschine. 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 Vielen Dank.